Ahoi Leute und Willkommen zum nächsten Part vom Tidecrest Multiplayer's Play mit Chantal, Nafishi, Dogez und dem fliegenden Wurm Alptraummonster Wir verbrücken jetzt ein paar Monster hier Hi Ich könnte eigentlich so in die Beschreibung von jedem Part einfach schreiben Ja, verbrücken ein paar Monster Das habe ich auch bei vielen gemacht, weil ich habe nie eine Ahnung, was ich in die Beschreibung schreiben soll Ich glaube, ich habe damit auch bald wieder erhofft Ich habe in der Beschreibung im Mündnis Standard Zeug stehen Ja, ich wollte eigentlich so eine Beschreibung so nach Addenk machen Nach Gronkh mäßig Nein, eigentlich nach allen YouTubern, die ich damals geguckt habe Aber natürlich, weil du Gronkh guckst, ist es natürlich Gronkh mäßig Ich kenne niemanden anderen, der das macht Aber Gronkh macht es auch nicht in der normalen Beschreibung Wo dann? Äh, Gronkh.de Beschreibung Was ist denn es dann? Guck mal Boah, das ist so putzig, aber die schnaufe, die Kätzchen Ich habe jetzt gerade mal aufgefunden, dass ich kaum noch Äh, den ganzen Tag kaum noch Heiltränke Du hast dir Fuckry 3 gekauft, warum? Keine Ahnung Ich habe Geld Ich habe mir Fuckry 3 Blood Rack nochmal gekauft Okay Ich halte mir nur gerade auf in den Katzen und da kann man auch so Katzen töten Ich weiß Das Beste ist, dass du einen kleinen Höhligfall da rein Die Katze springt mir hinterher und tötet mich erstmal fast Ich habe die gar nicht gesehen War mein Phantomschlag gerade ein bisschen sehr gut? Weiß ich nicht Aber du sollst irgendwie Phantomschlag weiter skillen Meinte Leon Äh, auf der Party Auf welcher Party? Was ich dir jetzt sagen soll Äh, am Freitag Bei König Alkohol Bei König Alkohol, achso, okay Ja, kann man machen Stimmt, ach kacke, den habe ich gar nicht gratuliert, ich assi Dir leid tun Ja, wirklich so Warst du eigentlich wirklich in Nürnberg noch? Du meinst doch irgendwie was Nee, ich war Freitagabend im Wald Oh Mitten in der Nacht Es war dunkel Warum? Ähm Ist eine lange Geschichte, kann ich dir außerhalb des Let's Plays erzählen Moment, mal Da oben waren wir ja schon Achso, wir sind ja auf der anderen Seite des Flusses Oder wie? Äh, ja, wir sind auf der anderen Seite im Wald Auf der anderen Seite vom Fluss, ja Achso Oh, ist auch schön Raptoren Oh, guck mal, ein Kätzchen Ein historisches Kätzchen, was kein Kätzchen ist, sondern ein Raptor Aber trotzdem, guck mal, ein Kätzchen Oh, noch ein Auge Okay, Eichenherz auf der Taste ist nicht so geil Auf welcher? Auf der 6 Brauchst du ein paar Heiltränke? Ja Wie viel hast du? 7 Danke Erstmal 10 Ich hab nur 21 Jetzt Ich hatte 31 Heiltränke Ja, warte mal, ich mach gerade meine Skills anders Mir ist ja aufgefallen, dass man die Skills eh nur einmal oder zweimal am Tag braucht Deshalb packe ich die jetzt woanders hin und pack da überall Atomschlag drauf Dass ich das auch mal treffe, wenn ich das brauche Ja, das hab ich bei Dings gemacht Auch bei Grim Dawn, da hab ich so Skills, so wie zum Beispiel T-Rush Dann hab ich einfach in die zweite Leiste gepackt, weil ich brauch die sowieso nur einmal meistens Dann hast du eigentlich Grim Dawn Ähm, sobald ich Geld auf dem Konto hab Ja, es ist eine Ja, ich weiß Und du hast immer noch nichts Nein Dann kriegst du auch nichts mehr, ist vorbei Ja, jetzt ist Ende, ist Ende Weißt du, wir lang müssen? Ja, nach oben, aber ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hingehen Zu irgendeiner Höhle Sicher, dass wir da nicht rein müssen, die Höhle? Ja Ganz sicher? Ja Ja Okay Eigentlich überhaupt nicht, aber Ich hab schon wieder einen Trank genommen Gut Boah, es laggt Ich hab gerade 12 FPS Achso, ich dachte, es wäre ein Internet lag PC lag, so, warum? Keine Ahnung Vor allem auch so richtig Frame-Einbrüche Also, dass es zwischendurch funktioniert und dann wieder überhaupt nicht Ja, keine Ahnung Renderst du im Hintergrund? Äh, ne, ich hab das Render-Tool nur offen Das sollte ja eigentlich nichts ziehen mehr Ne Boah, wie schwach die Geister einfach sind Von Truhe Oh Gott Was? Ähm Brauchst ein Stun? Guck mal Haben Phantomschlag mitten in die Reihen gemacht Also, ich hätte dieses dann viel Sprüerskill, weil das ist die beste Skill die es gibt Ich hab keinen Platz mehr, ich muss kurz verkaufen Ich wollte, wir wollten noch verkaufen, oder? Keine Ahnung, ich hab noch Platz Äh, wo ist denn das nächste Chang'an, ne? Ja, ich hab gar auch keinen Platz mehr, Alter Ja, also, wir sind richtig gut vorbereitet Wir haben jetzt einfach mal spontan so Wir wollten schon seit ein paar Stunden aufnehmen, aber irgendwie hatte keiner von uns dann Zeit oder Lust Und da mussten manche Leute noch irgendwie weg oder so Wer musste weg? Du Ach ne, ne, stimmt, deine Freundin ist gekommen, du musst sie nicht abholen Meine Freundin ist gekommen, ich hab sie nicht abgeholt Oh Gott, wieso lecken das so Wir vergessen, dass die Adepalast kein Händler ist Ich hab echt so gefällt, die Chang'an ist der letzte, ne? Und dann Hörst du mir einfach nicht zu Ich war verwirrt Stab von, ne, ich glaub, dem war ich mal der blau ist Ich mag blaue Gegenstände Wie könnte man nur einen Stab wie diesen ignorieren? Und hast du schon die Handwerkskunst an diesem Armband gesehen? Wie ich einfach nur noch blaue Sachen hab Axtes Kopfgeldjägers Weg Ist die blau? Nein, grün Ich glaub, ich hab's guten Ring verkauft Das hätt ich dir nicht verkauft Willst du Tigermenschen-Sachen haben? Ne, ich hatte selber so ne Rüstung von denen Von diesen Magiern Die sieht richtig geil aus, aber Das ist sonst los Okay Ich hab ne Essence gefunden Gaunerei des Affenkönigs Okay Soll ich dir vielleicht mal geben Ja So, und aus denen wollte ich das noch rausschmieden, genau Ach, man kann blaue Gegenstände ja nicht mit schmieden Äh, scheiße Ähm, Karawanentler, wo bist du? Wiedersehen Ich dachte grad, ich hab noch Fähigkeitspunkte Bitte, sieh dir das an Halt die Fresse Ähm, ich hab noch nen blauen Ring Ich hab richtig viel Zauberzeug Ich hab ne Zauberrüstung Ich hab Zauberarmschien Ich hab Zauberhut Und zwei Zauberstäbe Alles blau natürlich Ich hätte auch arschviele Stäbe, aber nicht blau Äh, Raptorenzern Äh, Raptorenzern Kann ich irgendwas fertig machen? Natürlich nicht Dort ist Rebengewächs Dem ist ein Rebengewächs fertig Super Boah, muss ich noch viele scheiß Heiltränke kaufen, Alter Ich weiß hier mal, dass ich auf dem Boden Ich hab auch nochmal ein paar Tränke schnell Oh, fuck Ach, ich kann ja nochmal kurz Übergabe reichen Ach, da Dann geh ich schonmal durchs Portal wieder zurück Nein, bitte nicht Ich brauch das Portal auch noch Kannst du dann nochmal aufmachen, du Okay Warum tragen, was du abgeben kannst? Danke Was? Warum tragen, was du abgeben kannst? Danke Ich guck mal, wie lange wir noch haben Ich hab auch noch was für dich Fällt mir grad auf Okay, das war wirklich nur so eine kleine Hürde Die ist auch jetzt Bis dann Eine Pengklaue Haben wir jetzt wirklich gerade 10 Minuten schon aufgenommen? Wir sind jetzt bei 9 Minuten gleich Okay Jetzt hab ich noch ein bisschen Kopfschmerzen Ja, jedes Mal Ja, ich hab seit gestern schon Kopfschmerzen Ich hab Kopfschmerzen Ich hab Hunger Ich will duschen Ich will schlafen Es ist so, als würde dich irgendwie so ein Sim-Spieler steuern, der dich voll hasst Ja, aber das kommt halt davon, weil wir immer mitten in der Nacht aufnehmen Was eigentlich überhaupt nicht mitten in der Nacht ist, sondern 20 Uhr oder so Aber 30 ist es gerade? Na, es ist für mich schon ziemlich spät Ich muss immerhin morgen arbeiten Ich auch Und bin heute auch nicht allzu spät aufgestanden Ich bin kein Mensch, der Früh aufsteht, aber heute irgendwie war das komisch Ich bin einfach komplett im Arsch Ähm, wo wir schon gehen hin? Hier ist noch ein bisschen schwarz Hier auch Okay, hier ist ein Flussbett Ich bin reingefallen Ich bin voll durch das Wasser rein Ich glaub nicht, dass du es gewolltest Dann lass es besser Ich war schon zweimal drin, also psch Also psch Ich hab ein Raptor mitgebaut, das sind noch vier oder so Okay Warum rennst du weg? Wir müssen die Raptoren töten Ja, aber hier oben ist ein Steinchen für Mich Tegis Was sind das für ein Stein gewesen? Erfahrung, wow Warum kriegst du nicht mal alle Erfahrungsschreine? Damit ich dich mal langsam wieder einhole mit der Erfahrung Weil ich nur sechs Millionen mal gestorben bin oder so Ja, aber Ich war auch ein paar Stein Ich steck hier erstmal halb Ja, aber du hast genug Erfahrung noch Ja, und? Guck, und der macht seine coole Dings Das kann ich auch machen Hier Guck mal, der steht direkt daneben Obwohl ich da gar nicht hingezeigt hab, glaub ich Ein Heel wäre übrigens super Danke Wie, hier ist Wasser Und hier geht's anscheinend weiter Oh, guck mal, die ekelhaften Fischer sind wieder Ja, dann geh doch nicht da lang Wir müssen hier doch erst noch lang Ja, nein, da war ich doch schon überall Nein, hier sind noch Viecher Ja, an dem bin ich vorbeigelaufen, weil du weggelaufen bist Oh Ich hab das Gebiet da schon erkundet Ich jetzt auch Wo wolltest du hin? Nach unten Wo wolltest du hin? Weiß ich nicht Ich glaub, ich weiß sogar, was als nächstes kommt Oh nein, Pflanzen Geht weg Denk einfach an Clip Club Das ist ein Sacred Insider, den eigentlich nur wir beide kennen Ja Das ist ekelhaft zu viel Ja, das macht sowieso keinen Schaden Ja, irgendwie macht das keinen Schaden mehr Ich bin jetzt halt Hackenschwert des Feuers, meins Ist voll scheiße Boah, die sehen wirklich fast genauso aus wie die aus Sacred, oder? Ja Die kommen mir sehr ähnlich vor Da oben ist eine Quest, lass dir hier jetzt hingehen Ja, warte Oder ist hier rechts noch eine Ja, dann gucken wir erst hier hinten Wenn hier sowieso vorbei ist Ich dachte, hier geht's noch weiter Was? Manchmal hasse ich die so richtig Warum? Boah, ist der Phantom schlag stark Ja, komm, Quest, Quest Oh, nee, wir gehen erst mal in die andere Richtung Ja, w- Mitten während ich schon im Kampf bin Danke für den zu späten Heal, nachdem ich meinen Trank genommen hab Hab ich dann auch gehört, aber halt schon geklickt Guck mal, das kann ich auch Ich mach das nur aus Provokation Oh, meiste Umhang meiner Der ist voll scheiße, oder? Keine Ahnung, ich merk nur, dass der Phantom schlag ziemlich gut ist Guck mal, ich bin jetzt voll hübsch Wundervoll Danke Ich merk nur, dass der Phantom schlag jetzt schon ziemlich gut ist Ich glaub, hier ist eine Quest, oder? Ja Ja Gigamension Kyros Wer ist noch beschissener Oh, guck mal, eine Katze Ich bin leicht zu beeindruckend in Titan Quest Vielleicht merkt man das ja so ein bisschen Oh, guck mal, noch eine Katze Wer will mich hier verarschen? Wer kriegt jetzt mal dann die Schnauze? Ich hab grad nen Arachno-Stab gekriegt Oder hab mich verlesen Nein, Arachno-Stab Meisterhelm Ach, ich war noch nicht Machen wir das besser Äh, da oben scheint eine Quest zu sein, ne? Ich werde es erklären, guck mal, dass du von Jörg haben Kein Plan Wahrscheinlich da oben dann, oder? Wahrscheinlich drei sind's übrigens Ja, die erste hat uns ja die Quest gegeben Und dann dachte ich, die dritte Ach so, okay Das wird schon ignoriert Schon länger als fünf Minuten hier Aua Aua Frank Hilfe Heilung Schnell Boah, war das gut Ja, deshalb war ich ja gerade stolz auf mich Dadskills, Alter Möchte ich jemanden aus dem Halle bekommen? Hallo Hübsche junge Frau Wenn der Frühlingsregen kommt Wenn die Kirche Talisman der Katze Miau Miau Hab Talisman der Knechtschaft gekriegt 30.000 Erfahrungen Ich hab irgendwie so komplett Also ich weiß gar nicht, wie man Erfahrung braucht oder so Ein paar Millionen Moment, ich guck mal Wer hat die Erfahrung? 5,8 Millionen Du bist zunächst schon bei nur 330.000 Nur elfmal die Quest und dann hab ich's Ne, zehnmal, tut mir leid Nein, oder? Nein, elfmal 330 Ich brauch noch 400.000 Der Spalier ist gehärtete Rüstung Die sieht noch besser aus Oh, die bringt mir Gesundheitsregen Was ich grad anhabe Ich ball erstmal die Was die Katzenlustung ist eigentlich? Miau Der Hohensohn hat ihn geheilt Heißt der Kriegskolben? Warte mal Ach, schonungsloser Ich hab mich verlesen Hab grad schnurloser Kriegskolben gelesen Ich dachte grad so mit WLAN oder was? Ne, eben nicht Guck mal, hier sind Frösche Siehst du ihn? Guck mal, ein Frosch Ja Putzig Hallo Hallo Frosch Kriegst ein Stun in die Schnauze Oh mein Gott, der ist übermächtig Er wird nicht von meinem Stun getroffen Ich hab übrigens grad wirklich meinen Stun dafür verbraucht Einen Frosch zu Anzuschreien Was für Kriegshaun Das ist nicht schreien, aber in etwa Okay, die machen wohl doch noch ein bisschen Schaden, oder? Bin doch fast gestorben, also ja Also, nein, eigentlich nicht Ach, ein Turmschlag, ist das nicht nice Ich hab auch so'n Todesschlag, ich glaub, der ist in etwa so wie ein Turmschlag Nur, dass ich nicht nach vorne sprinte Ich lass mal schnell, ist dann die Schnauze Aber die halten irgendwie gar nichts aus Gefällt mir Galt Weiß das Kriegszepter Dschungelkriecher Dumpfbewohner Zum ersten Mal, als mir so mal Wirklich grad die Monsternahmen von irgendwelchen Monstern durchlesen Ich hab auch grad gedacht, wovon redet der jetzt? Da hinten ist ein Brunnen Ich glaube, müssen wir da weiter, ne? Nein, was wird der von dem alten Land sein? Vom alten Land sagt er Hm, im alten Land gibt's leckere Äpfel Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Absolut gar nicht Das alte Land ist ein Anbaugebiet hier in Deutschland In Hamburg, glaub ich Kein Gras-Anbaugebiet Oh, Hilfe Da ist ein Monster hinter mir Wo bist du? Ich bin doch unten gelaufen Kannst du mich heilen gleich? Hab grad versehentlich den Hund geheilt, als sie dich heilen wollte Ich renne noch weg von den Hunden Okay Wenn das erstmal nochmal hier unten gucken, weil da oben sieht es noch weitergehen aus Aua Also mancher Tag machen die einfach übertrieben viel Schaden Ich weiß nicht wieso Mh Die hab ich hier gefunden Die Gegner Bist noch da oben gepullt Ah, guck mal Frühstück War Wildschweine nicht Frühstück? Weiß ich nicht Wundbruch hat ein ausgewogenes Frühstück, ne? Mh Und wir können ein bisschen asiatisch da reinpacken So wie diese Viecher hier Das ist aber eher indisch Den wir hier im O- Okay Den hier gehört auch zum Orient Okay, hier oben geht es noch weiter Ich glaub Also hier oben ist noch was Und ich glaub da in den Tempel da oder was das sein soll geht es weiter Mir gefällt aber, dass man sieht man auch so ein bisschen so Dass die Karte irgendwie so einen Zusammenhang hat Weil vorher ist eigentlich immer nur so ein Weg Wo man sieht so den Rest gar nicht Oder es hat so gar nichts damit mehr zu tun Na echt, da habe ich viel Schaden, ich mache Das Schreien der Meisterschaft ist schön Ja, manchmal Der Pass ist ja vorbei Wir haben uns vielleicht gerade gehört da Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ich versuche jetzt noch eben hinterher zu laufen Und wir rennen wahrscheinlich einfach mal weiter Nein Ich fuhre eigentlich nur noch hier in kurzen Sekunden Dann bis zum nächsten Mal Hau da rein und ciao Leute Tschüss